Entweder sind wir Alexander oder das, was von ihm übrig ist. Ja, ich glaube auch. Toll, wir haben keine Streichhölzer mehr. Das ist großartig. Ich gehe einfach rückwärts, dann sehe ich nichts. Das ist ein Essential Attack hier, morgen mit Dorf. Wenn die Zeit ist, wir werden mit Weakened Defensers auf die Crowds gehen. King & Country ist auf Ihren Blatt, Schwerer Agent. David, Sie nehmen drei Männer, separieren sie von Ihrer Seite, dann senden sie um 70 Yards North, so sie können eine Flank-Star-Distraction, während der Rest der Pertunen schreiten sie direkt. Wenn das richtig ist, die Leute nicht sehen, diese Chats kommen. Aber hör mir jetzt, lads, das muss man richtig sein. Get all your men on board with this and make them understand. We're not sending many boys up there tomorrow, so we need every bloody one of them. If we muck this one up here, boys, we will never see our chaps again. Now, gentlemen, let's write some bloody history. Muss ich irgendwo weiter? Nein. Oh nein, da ist die Tür offen. Äh, ich will nicht. Your turn. Okay, ich bin dran. Schön. Huch. Ein Webli-Revolver. Okay. Ein Webli-Webli-Revolver. Oh, dann wird das noch zum Shooter jetzt hier. Wie schieß ich denn damit? Oh. Haben wir unendlich Muni? Oh, Streichhölzer. Wer soll denn da oben bitte schlafen? Naja. Äh. Was? Unter Betten und Tischen. Ich weiß. Oh Gott. Äh. Äh. Der kommt doch von da. Da ist kein Bett, kein T... Okay. Das ist ja toll. Haben wir ihn damit jetzt eigentlich auch aufgehalten? Warte mal, kann ich mich... Okay, das geht. Alles klar. Okay. Puh. Muss ich mir merken. Äh. Streichholz war hier, ne? Boah, ich muss erst mal wissen, wo wir lang müssen. Okay, wenn der jetzt kommt, gehen wir direkt zurück. Da geht's nicht lang, also wir müssen da lang. Äh. Streichholz an. Und direkt unter'm Bett. Hendo, ich schieße. Peng, peng. Das Problem ist, ich weiß nicht, wo der langläuft. Okay, er scheint weg zu sein. Glaube ich, hoffe ich. Ich hoffe, der kommt nicht wieder. Bleib bloß weg. Okay, hier geht's rein. Schlüssel zu einer Tür. Okay, hier können wir uns verstecken. Müssen wir uns merken. Okay. Geht ganz schön lange, ne? Was ist das? Schlüsselcode, Mannschaftsräume. Boilerraum 4, Wartung 12. Boilerraum 5, Wartung 14. Mannschaftsküche, Lager 11. F-Deck, Schwimmzubehör, Lager 44. F-Deck, Speiseraum 22. G-Deck, Mannschaftsschlafräume 5. B-Deck, Wartungsvorräte 19. Schlüsselcode, Mannschaftsräume. Aha. Ich höre das Wasser übrigens wieder. Wir haben den Schlüssel immer noch. Ach, Toiletten. Oh ja, ein Ort der Sicherheit in Horrorspielen. Oh. Jetzt haben wir den Schlüssel benutzt. Oh nein. Und jetzt kommt der, ne? Oh, leck mich fett. Wo war das Bett? Hier. Leck mich am Arsch. Oh, da läuft er. Oh, wir sind ihm genau in die Arme gelaufen fast. Alter Schwede. Hau bloß ab, Mann. Bleibt der jetzt da? Flup, weg ist er. Aber wenn er doch verschwindet, dann ist er doch ein Geist, oder? Eigentlich. Das ist doch alles nur in unserem Kopf. Ist alles nur in meinem Kopf. Es ist alles nur in meinem Kopf. Oh nein, das Wasser steigt schon wieder. Oder? Oh ja. Fuck, Mann. Oh scheiße. Jetzt müssen wir uns alles einprägen, wo was ist. Oh nein, Mannschaftsräume. Äh. F-Deck Dining Room. Oh Gott, wo war das mit dem Zettel? Äh. Äh, 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 äh. F-Deck Dining Room. Äh, was war F-Deck Dining Room? Äh. F-Deck Dining 22. Oh, Alter. Ich hasse das so unter Zeitdruck. Oh, ernsthaft? Jetzt? Willst du mich verarschen? Nein, ich sehe nichts. Ich sehe doch nichts. Wo muss ich hin? Hö, der kommt. Hö, der wird uns, der wird uns kriegen. Das weiß ich jetzt schon. Oh, fuck. Der kommt, ne? Bitte komm nicht hin. Bitte nicht. Scheiße. Der wollte gerade gehen. Diese Summenorgel ging wieder an. Mann. Kacke. Ah, fuck, Mann. Ernsthaft, wieder hier? Oh, Gott. Diese, diese Speicherstände. So, jetzt kommt der. Gehen wir direkt zurück. So, sofort runter. Ich spare mir das, äh, Dingsmal. Das Streichholz. Guter Tipp, Cookie. Danke. Guter Tipp, Cookie. Das Problem ist, aus Reflex drücke ich immer die Maustaste. So, 22 müssen wir haben, ne? Das wissen wir ja jetzt. Aber irgendwo war hier auch noch, äh, warte. Streichhölzer, die ich mitnehmen möchte. Schlüssel. Und irgendwo waren Streichhölzer. Wo waren diese scheiß Streichhölzer gewesen? Hier war das mit dem Zettel. Hier waren die Streichhölzer. Jetzt kommt der, ne? Hier war ein Bett. Und da hinten müssen wir zum Dining Room. 22. Machen wir mal eben schnell. Uah, beeil dich. Was kriegen wir hier? Ein Zettel. Nachricht. Können wir uns doch schnell lesen. Schlüsselbüro. Zahlmeisters. 28. Durch Explosiv. Was? Einige Türen können durch Explosiv Geräte... Oh, fuck. Leck mich. Was? Leck mich fett. Wo war das? Nein! Wo war das scheiß Bett? Oh, fuck. Wo war das mit dem Bett? Scheiße! Fuck, man. Ich find das Bett nicht. Oh, fuck. Ich find dieses Scheiß... Oh, natürlich. Ach, Mann. Tisch gehen auch. Nee, also das Tisch... Der Tisch geht da nicht. Der, wo die vielen Stühle sind. Da komm ich nicht drunter. Leider nicht. Es gehen generell... Tische gehen auch. Ja, das ist schon richtig, aber... Aber, äh... Ah, das ist blöd, dass man immer hier anfängt. Das ist halt so verwirrend alles. Ist ja nicht nur, dass man Wasser hat als Zeitdruck. Ne? Da ist ja noch viel mehr. Verdammt. Wir haben noch keine Zeit. So, dann düsen wir mal. Der scheint ja regelmäßiger zu kommen. So, wo war das jetzt? Hier war zum Beispiel Dings. Ne? Genau, der Schlüssel. Mein Gott! Dieses blöde Schießen, weil es alles auf Maustaste liegt. Warum nicht E? Nein, hier war Dings. Genau, hier brauchen wir einen Schlüssel gleich. So. Mach das nicht absichtlich, ne? Hier war das Bett. Also hinter dieser Tür links. Okay, alles klar. Ich würde vielleicht noch einmal abwarten. Was ist das denn? Okay. Ist ja ein toller Raum. Der wird jetzt eh gleich kommen. Ich würde noch einmal abwarten wollen. Weil der kommt ja, der kommt ja sowieso. Der wird jetzt eh gleich kommen. Dann warte ich hier unter dem Bett einmal. Das Wasser steigt wieder, ich weiß. Es war klar. Hoffentlich trinken wir jetzt nicht. Trinken nicht vergessen. Jo. Danke für den Tipp. Wir sind im Wasser, ne? Ah, verschwinde doch, Mann! So, und los geht's. 22 brauchen wir hier. So. Und dann stand da irgendwas mit Explosiv, ne? Ah, wo kriegen wir was Explosives her? Ah, Major Room. Warte mal. Office. Weapon Hold. Weapon Hold. Was war das für eine Nummer? Mann, nimm doch! 28. Aber wie kriegen wir die anderen Türen auf? Sind da auch Zahlenschlosser dran? Oh, fuck, Alter. Der kommt jetzt gleich wieder, ne? Es war so klar! Tschüss! Wir müssen die anderen Räume durchsuchen. Irgendwas brauchen wir. Hier. Aber ganz schnell. Äh, was war das? 28. Ich probier mal 28. Nein, Mann, 28. Ja. Da. Was steht hier? Explosive. Wo in den Waffenlager und Deck hinter... Na, 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 na. Großen Schrankbereich. Ah, ist doch im großen Schrank. Ah, bei dem Waffenlager. Okay. Äh, wo war das Waffenlager? Oh, fuck. Hier ist noch ein Bett. War das hier? Hinterm Schrank. Ah, hier. Ja, Brandsatz. Uh. Geil. Aber der kommt jetzt, ne? Wo war das Bett gewesen? War das hier? Hier, okay. Muss ich mir merken. Mit dem Streichholz. Oh, ich muss weg. Und jetzt, der ist... Oh, puh. Alter. Puh. Geh, Deck. Okay. Wer steht da hinten, ne? Auf jeden Fall wird's alles sehr schicker. Wir wandern immer weiter nach oben. Ja, da hinten ist er. Und das Wasser verfeucht uns ja auch, ne? Ich glaub, wir werden das Boot wirklich nicht verlassen. Steht der da? Nee. Oder? Ah, nee. Ist ne Tür. Ähm. Ich glaub, wir werden das Boot nicht verlassen, weil wir eh untergehen, glaub ich. Türen sind zu. Oder? Ja. Komm durch die Tür nicht durch. Ja, wo müssen wir hin? Ich hab keine Ahnung, wie viel Stockwerke das Schiff hat. Zweite Klasse. Wir sind bei zweiten Klasse, also First Class kommt auch noch. Ich hab... Hä, wo müssen wir hin? Oh, Licht geht an. Das ist natürlich nicht toll. Oder schon. Dann sehen wir, wie es ist was. Hier waren wir noch nicht. Ah. Please. Eish. Tray your respective German powers like you would trade your... Was? Fellow Soldiers. Okay. Ah, hier. Oder sind wir auf der Titanic? Ich glaub nicht, ne? Oh, ein schönes Bett. Hören wir uns mal an. Tell me about this man who was named Thompson. Ah, yes. A grand moustache he had. Did you know this man? Did you speak with him on a personal matter? Yes. I was quite warned of him. He angrily fought. Now, tell me again. Which person am I talking to now? Reaction, Saul. Lost forever. Let me leave. Just let me finish. Now, calm down. I only want to hear your name. He's coming. No help is real. Only the Kaiser are. Many. Call him please. Continue this later. Das sind unsere Sprachmemos, glaub ich, ne? Mit ihm. Weil er uns ja Doktor nennt. Ich schätz mal, das sind unsere Sprachmemos. Geh ich mal von aus. Oh, der wird uns wieder durch die Flure jagen. Ich weiß es genau. So, Brief an Kriegsministerium. An das Kriegsministerium. Heute wende ich mich an Sie bezüglich der schmachtvollen Tragödie meines verstorbenen Sohnes. Des gefreiten Alfred Clark. Nach mehreren Briefen steht ein offizieller Briefwechsel zwecks Informationen zu seinem schrecklichen Schicksal noch aus. Während des letzten Kontaktes mit meinem Kind informieren er mich über die Effektivität und das fehlende Risiko seines letzten Angriffs. Wie kam es dann, dass alle diese Jungs in einer so sicheren Attacke ihr Leben verloren haben? Ich... Entschuldigung. Ich fürchte, mein Kummer hat mich übermannt. Und ich bitte einfach nur um eine Antwort. Mary Clark. Das ist wahrscheinlich das, was wir gesehen hatten. Mit der Versammlung der Soldaten. Sollte ein ganz einfacher Einsatz werden. Aber... Aber was hat das alles mit dem Schiff zu tun? Frage ich mich. So, hier ist Sackgasse, ne? Hier waren wir schon. Hier waren noch vier Türen. Die wir aber nicht benutzen konnten. Ähm. Na toll. Oh, Alter. Hui. Wo kommen wir denn jetzt hin? Mother, why isn't grandma buried yet? Oh, komm der jetzt? Oh nein, das Wasser steigt schon wieder. Oh, fuck. Es ist nicht nur die Kreaturen, die uns jagen oder der Typ, sondern auch noch das Wasser. Er kann uns nicht das Wasser reichen. Gott, der war so schlecht. Äh. Und jetzt? Oh, okay. Ich komme. Das ist doch nie im Leben real. Wir sind doch jetzt irgendwo im Haus. Miss Clark ist das, glaube ich. Ich glaube, das ist Miss Clark, die gerade weint. Okay. Äh. Hallo. Waren wir der Leutnant? Waren wir der Leutnant? Okay, die Frage ist, wohin? Wohin, 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 wohin? Da. Oh, fuck. Oh, shit. Oh, fuck. Oh, scheiße. Oh, das Spiel baut einen Druck auf, ne? Das glaubt man gar nicht. Allein mit dem Wasser. Allein mit dem Wasser schon. Das ist ja ein toller Stuhl. Ja, ich komme. Hä, wer war das denn gewesen? Bilden wir uns das ein? Ich komme. Äh, was? Oh nein, Alter, das Wasser kommt. Wo muss ich hin? Oh, fuck. Ich hoffe, ich gehe die richtige Richtung. Oh, shit. Oh, shit. Wo lang? Oh, shit. Wo lang? Da kommt was hinter uns. Wo müssen wir hin? Oh nein. Äh, pff. Was? Ich komme. Wo? Wo denn? Ich komme hier nicht lang. Die scheiß Bank versperrt mir den Weg. Ich kann hier nicht durch. Oh, fuck, Alter. Wie soll ich denn... Shit, man. Äh. Ähm. Hä, ich verstehe es nicht. Wohin? Wo muss ich hin? Ich komme da nicht durch. Wieso kann er nicht einfach über diese Bank klettern? Was? Hä? Ich verstehe es. Wir werden ersaufen, ne? Wir werden auf jeden Fall ertrinken. Das weiß ich jetzt schon. Wieso? Wir werden auf jeden Fall ertrinken. Ja, wir werden ertrinken. Jo. Definitiv. Ok. Ja, das war's. Ja. Du hast übergelebt, jetzt weißt du, was du getan hast. Ertrinken, ja, ja, ertrinken. Nein, mein 5-Gänger-Menü fährt einfach nach vorbei. Tod, der große Gleichmacher. So, ähm... Jetzt muss ich nochmal gucken. Wo lang? So, hier lang? Ne, ne, Quatsch, da. Aber wo lang jetzt? Hä, da komm ich aber nicht lang. Die Bank rutscht da einfach vor. Ja, aber wie? Was muss ich tun? Hä, ich versteh's nicht. Ich hab keinen blassen Schimmer wo lang. Hier geht die Tapete schon ab oder ist es so? Ich weiß es nicht. Ich kann's doch nicht wegschieben oder so. Hä? Hä? Ich... Ich hab keine Ahnung. Wohin? Weil so schnell kann ich gar nicht rennen, das... Hä? Und ich kann ja auch nicht springen oder so. Ja, komm, was soll's. Probieren wir nochmal neu aus. Im Lademildschirm stand jetzt auch kein Tipp oder so, ne? Letztens stand ja ein Tipp, aber hier ist keiner. Ja. So, ich beeil mich. Na, geht nicht. Ich kann... Alex, über her! Kann ich diese scheiß Kackbank wirklich nicht wegschieben? Es geht nicht. Ich krieg sie nicht weggeschoben. Hä, ich... Keine Chance. Ich versteh nicht, was das Spiel jetzt von mir will, wo ich hin muss. Da komm ich nicht rein. Hier geht's auch nicht durch unter Wasser oder so, so wie letztens. Und jetzt komm ich auch nicht rein. Ich dachte vielleicht jetzt hier über... über Wasser. Aber anscheinend... Die Tür geht auch nicht. Ich hab keine Ahnung. Tja.